Ich stelle mir gerne vor, ein Paläontologe zu sein, der Dinosaurierknochen ausgräbt. Fege mit deinem Finger den Sand weg und finde versteckte Knochen von Dinosauriern. Hm, wo soll der denn hin? Genau hier ist's richtig. Hm, wo soll der denn hin? Oh, ein Tyrannosaurus Rex, den finde ich am tollsten. Oh, ein Tyrannosaurus Rex, den finde ich am tollsten. Super! Passt perfekt! Musik Hm, wo seid der? Toll! Ein Triceratops. Schau dir das große Horn auf seinem Kopf an. Hallo! Wählen wir einen Hintergrund für unsere Aufkleberszene aus. Perfekt! Tippe jetzt auf den Pfeil, um deine Aufkleber anzubringen. Platziere deine Aufkleber und verschiebe sie beliebig herum. Mach weiter! Du hast es fast geschafft! Du hast es fast geschafft! Mal weiter, du hast es fast geschafft. Mal weiter, du hast es fast geschafft. Räumen wir das Haus auf. Aber achte darauf, dass uns die Zeit nicht davonläuft, sonst müssen wir von vorne anfangen. Das gehört nicht in dieses Zimmer. Genau hier ist es richtig. Genau hier ist es richtig. Passt perfekt. Passt perfekt. Das gehört nicht in dieses Zimmer. Genau hier ist es richtig. Gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.